Das, was, glaube ich, gefühlsmäßig und wesentlich zu sagen ist, ist, dass ein Teil der Bevölkerung den Eindruck hat, dass man im Besonderen in Berlin, aber auch manches Mal in Brüssel, Themen bearbeitet, die nicht in ihrem Fokus liegen. Bei den Leuten liegt im Fokus, habe ich morgen noch meinen Job? Kann ich morgen noch meine Heizung zahlen? Ich habe ein kleines Häuschen. Was heißen jetzt die ganzen neuen Vorschriften eigentlich für mich? Bei den Leuten gibt es viele soziale Sorgen oder Gesundheitssorgen. Wie komme ich an einen Arzt dran? Wie kann ich meine Großmutter noch versorgen oder meinen Papa noch versorgen, wenn er alt und gebrechlich wird? Und da fühlen sie sich zum Teil einfach mit einer Masse an Bürokratie versehen, aber mit wenig echter Unterstützung.